Herzlich Willkommen bei der Akademie der Schweizerischen Fachstelle für Gebäudemanagement. Ihr Fachwissen ist unsere Mission. Wir bringen Ihnen praxisnahe Themen in kompakter Form. Aus der Praxis für die Praxis. Unsere Kurse bieten wir Ihnen als Live-Kurse an, sowie auch als Online-Kurse. Das heißt, egal wo Sie sich befinden, wir bringen Ihnen kompaktes Immobilienwissen zu Ihnen. Unsere Kurse umfassen sämtliche Themen rund um die Immobilien. Das beginnt beim Baurecht, geht über die Bautechnik, Gebäudeunterhalt, Themen rund ums Grundbuch, dann auch die Immobilienbewertung, Immobilienfinanzierung, Immobilienmarkt, Themen rund ums Mietrecht, Portfolio-Management, rechtliche Bereiche bei Immobilien, sowie auch Steuern und das Stockwerkeigentum. Unsere Online-Kurse sind für Sie ein Format, bei welchem Sie den ganzen Tag oder auch die ganze Nacht die entsprechenden Kurse absolvieren können. Es beinhaltet die folgenden Punkte. Webinar, PDF-Skripts, Experten-Chat, sowie auch Online-Tests und Zertifikate. Das Webinar und die PDF-Skripts, Sie haben Lernvideos zur Verfügung, welche Sie sich immer und immer wieder anschauen können. Sie haben die Möglichkeit, unseren Digital Classroom zu besuchen und können sich sämtliche Skripte, welche als PDF vorhanden sind, entsprechend runterziehen, ausdrucken, was Sie auch immer entsprechend damit machen möchten und diese immer und immer wieder verwenden. Im Experten-Chat stehen Ihnen unsere Experten für Fragen rund um unsere Themen gerne zur Verfügung. Am Schluss des Kurses können Sie mittels eines Online-Tests Ihr Wissen abfragen und so in Erfahrung bringen, welche Bereiche Sie sehr gut im Griff haben und bei welchen es gewisses Verbesserungspotenzial gibt. Haben Sie den Test erfolgreich absolviert, so erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Kurszertifikat. Unsere Fachkurse, Kurse, sei dies nun live oder online, haben ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Live-Kurse können Sie bereits ab 195 Franken bei uns besuchen. Bei den Online-Kursen ist es so, Sie haben die Möglichkeit, einzelne Kurse zu buchen. Das sind die Kosten irgendwo bei 55 Franken. Oder Sie holen sich eine entsprechende Flatrate und können sämtliche unserer Kurse jederzeit abrufen und können so vom Breiten und grossen Wissen unserer Fachexperten profitieren. Ihr Fachwissen ist unsere Mission. Sie haben auch die Möglichkeit, bei uns massgeschneiderte Lösungen für die Schulung Ihrer Mitarbeiter zu buchen. Wir erstellen dann einen Schulungsplan und werden den auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Haben Sie Fragen dazu, so können Sie uns jederzeit kontaktieren auf www.sfgm.ch. Hat Ihnen das Video gefallen? Möchten Sie Ihr Fachwissen im Immobilienbereich verbessern? Besuchen Sie dazu unsere Fachkurse auf www.sfgm.ch.